Ja, liebe Unterbreite, heute Sonntag kommen wir Oldtimer fahren zum Apero und Mittagessen. Apero im Garten und Mittagessen. Mittagessen bei der Bühne ist auch schon durch, ich habe grilliert und es hat frische Kartoffeln gegeben, Schweinsteig, Hackfleischstäbchen und so weiter. Schauen wir mal, ob es durchgegangen ist. Ich war sehr gut. Danke. Das ist gut. Sagst du mal? Mhm, still. Aber die sind nicht die Besten. Ah, B, ja. Dann läuft auch dein Motor, oder? Jetzt läuft es ja abgehackt. Warum denn? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.